Also da darf man auch nichts dazwischen quatschen, da muss man einfach still sein und genießen. So, wie heißt du denn? Herr Galt. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ein sehr besonderes Auto hast du da, welches Baujahr ist das? Der ist von 1967. 67er, sehr schön. Ach, ich sehe es auch auf dem Kennzeichen, die 67 selbstredend. Ja, vielleicht musst du auch ein paar Worte sagen zu deinem Auto, was die Besonderheiten sind. Abseits davon, dass er wie aus dem Eigengepellt aussieht. Also Respekt dafür, was alles zeichnet dein Fahrzeug aus. Hallo und schön, dass du da bist. Beim perfektem Wetter starte ich gerade in Köln und fahre nach Hasselfeld. Weil dort ist in Pullman City das größte deutschsprachige Treffen, Mustang-Treffen überhaupt. Und dort bin ich mit Velocity zusammen vor Ort und muss jetzt erstmal 4 Stunden, 4 Minuten laut Navi fahren, bis ich dort bin. Dann ist es 10.40 Uhr morgens, dann haben die dann gerade aufgemacht. Ich bin sehr gespannt, aber jetzt erstmal stehen 4 Stunden Autobahnfahrt bei tatsächlich perfekten Wetter an. Hi. Was für ein Service, danke schön. Genau. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es ist, 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 wie es ist. Ich bin sehr gespannt, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.